Und so langsam aber sicher gehen ja die Sommerferien ins Finale. NDR 1 Wille Nord will morgen nochmal den Sommer hochleben lassen. Mit Schleswig-Holsteins liebsten Sommergeräusche. Welches Geräusch hat Ihren Sommer geprägt? Das fragt Horst Hof. Morgen ab 5 Uhr in Guten Morgen Schleswig-Holstein. Wir stellen uns jetzt mal das sanfte Rauschen von Schilfrohr vor. Das passt nämlich perfekt zu dem Foto, das unser Zuschauer Thomas Prudella aus Bad Schwartau am Hemmelsdorfer See aufgenommen hat. Vielen Dank dafür. Damit wünschen wir Ihnen noch einen entspannten Abend. Tschüss, bis morgen.